Nummer 5 Dies ist ein Mascara, der einen Lifting-Effekt für Ihre Wimpern bewirkt. Das heißt, er gibt Ihnen Volumen, Länge und Locken ohne jede Anstrengung. Dank der einzigartigen Bürste können Sie alle Wimpern tuschen, egal wie klein sie sind. Damit können Sie das Volumen dank der Bürste stark erhöhen, die Ihnen wirklich gute Eigenschaften verleiht, da sie das Verklumpen vermeidet. Er ist lang anhaltend, sodass Ihre Wimpern insgesamt 16 Stunden lang intakt bleiben. Wir empfehlen, ihn von der Wurzel bis zur Spitze aufzutragen, um einen einzigartigen Wimpernverlängerungseffekt zu erzielen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 4 Es ist ein Mascara, der Ihren Wimpern viel Volumen verleiht, sodass Sie jederzeit einen intensiven Augenaufschlag erhalten können. Dies wird durch die Bürste erreicht, die zweimal dicker ist als normale Bürsten. Dadurch erhalten Sie viel voluminösere und faszinierende Wimpern. Er hat eine spezielle Formel mit Kollagen, die es Ihnen ermöglicht, schönere Wimpern zu erhalten, und Sie können ein wirklich einzigartiges Volumen haben. Außerdem verklumpt dieses Modell die Wimpern nicht und sorgt für ein professionelles Finish. Er ist leicht anzuwenden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 3 Dieser Mascara wurde speziell entwickelt, um ein extremes Volumen zu erzielen. Er verfügt über eine Bürste, die für die perfekte Verteilung des Produkts direkt auf den Wimpern verantwortlich ist. Er lässt sich völlig klumpenfrei auftragen und definiert jede Wimper von der Wurzel bis zur Spitze. Seine patentierte Formel mit wertvollen Ölen sorgt für mehr Volumen. Er lässt sich sehr leicht auftragen und leicht verteilen, sodass Sie den gewünschten Look für Ihre Wimpern erzielen können. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 2 Wenn Sie auf der Suche nach strahlenden und voluminösen Wimpern sind, ist dieser Mascara eine gute Wahl. Das liegt daran, dass er einen Fächereffekt hat, keine Klumpen hinterlässt und selbst den dünnsten Wimpern großes Volumen verleiht. Auf diese Weise können Sie ein strahlendes und auffälliges Aussehen erzielen, wenn Sie ihn vom Ansatz bis zu den Spitzen auftragen. Für eine maximale Wirkung werden mehrere Striche empfohlen, und die gebogene Silikonbürste mit zehn verschiedenen Schichten von Borsten sorgt für einen voluminösen Effekt. Er hat eine augenärztlich getestete Formel und kann auch von Kontaktlinsenträgern verwendet werden, ohne sie zu reizen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 1 Er hat einen sofortigen Volumeneffekt und lässt sich schnell, leicht und geschmeidig auftragen. Damit können Sie Ihre Wimpern sehr schnell schminken, mit einer Bürste, die die Wimpern leicht trennt. Er hat eine Formel, die reich an Rizinusöl ist. Der Pinsel mit geraden und gewählten Fasern ermöglicht es Ihnen, mit nur einem Strich einen wirkungsvollen Look zu erzielen. Er ist für empfindliche Augen bestens geeignet und verursacht keine Reizungen. Es wird empfohlen, ihn nur mit einer Grundierung vor der Wimperntusche zu verwenden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung finden. Er hat einen Vielen Dank.